Hallo und herzlich willkommen bei Edis Tech Lab. Im heutigen Video geht es um berührungslose kapazitive Taster. Wie die aufgebaut sind und funktionieren, das zeige ich euch heute und danach bin ich sicher, jeder kann das. Starten wir mit dem Touch Button Modul TTP223. Das ist ein kapazitiver Berührungssensor, der zur zuverlässigen Erfassung von Fingerberührungen entwickelt wurde. Wir setzen dieses Modul ein, um mechanische Taster durch eine verschleißfreie und geräuschlose Touchlösung zu ersetzen. Das Modul kann mit einer Spannung von 2 bis 5,5 Volt betrieben werden und es benötigt dabei nur 1,5 bis 3 Mikroampere. Das Modul hat 3 Bins und hier das VCC, das ist für die Versorgungsspannung des Moduls. Hier können wir ohne Pegelanpassung direkt 3,3 Volt von unseren ESPs oder die 5 Volt von den Arduinos nehmen. Der GND-Pin ist der Masseanschluss des Moduls. Dieser Pin muss mit der gemeinsamen Masse, also dem GND des Mikrocontrollers verbunden werden, um eine stabile Funktion sicherzustellen. In der Mitte haben wir den IO-Pin. Das ist der digitale Ausgang des Touch Sensors. Der Pin schaltet abhängig von der Berührung entweder auf High oder Low. Das Ausgangsverhalten lässt sich über Lötbrücken konfigurieren. Wir können den Pin direkt mit einem GPIO eines Mikrocontrollers verbinden. Das DTP 232 Modul besitzt zwei Lötbrücken A und B, mit denen wir das Betriebsverhalten anpassen können. Die Lötbrücke A ist für die Ausgangslogik. Wenn die Brücke offen ist, dann ist der Ausgang aktiv High. Das heißt, wenn gedrückt wird, dann haben wir ein High-Signal anliegen. Ist die Brücke gesetzt und wir berühren den Taster, dann bekommen wir ein Low-Signal, sobald der Taster Berührung empfängt. Die Lötbrücke B, die ist für den Betriebsmodus. Wenn die Brücke offen ist, dann sind wir im Direktmodus oder auch Momentary Mode genannt. Der Ausgang wird nur dann gesetzt, wenn die Berührung aktiv ist. Ist die Lötbrücke B geschlossen, dann sind wir im sogenannten Umschaltmodus oder auch Toggle Mode genannt. Jede Berührung schaltet den Ausgangzustand um, also von ein nach aus oder von aus nach ein. Hier sehen wir den Namensgeber vom Modul, den TTP223-Controller. Diese wertet kleinste Kapazitätsänderungen aus und stellt am Ausgang ein stabiles digitales Signal zur Verfügung. Wenn der Ausgang aktiv ist, dann leuchtet hier diese rote LED. Hier sehen wir eine zusätzliche Lötfläche für einen externen Empfindlichkeitskondensator. Diese Option ermöglicht es, die Empfindlichkeit des kapazitiven Touchsensors bei Bedarf anzupassen. Durch die Bestückung eines geeigneten Kondensators kann das Ansprechverhalten an unterschiedlichen Einsatzbedingungen, Sensorflächen oder Abdeckmaterialien angepasst werden. Ein Null-Pico-Farad oder kein Kondensator sorgt für höchste Empfindlichkeit. Der Sensor reagiert sehr empfindlich und kann auch durch dünne Deckmaterialien ausgelöst werden. Ein ca. 10-Pico-Farad großer Kondensator sorgt für mittlere Empfindlichkeit. Ein guter Kompromiss zwischen Stabilität und Reaktionsstärke. Bei einem Kondensator von 30-50-Pico-Farad sorgt es für geringe Empfindlichkeit. Das ist sinnvoll, wenn der Sensor durch dickere Materialien arbeiten soll. Wenn du die Informationen in diesem Video für nützlich empfindest, dann würde ich mich freuen, wenn du diesem Video ein Like gibst. Danke! Lasst uns jetzt ein praktisches Beispiel machen. Als Microcontroller nehmen wir hier den Arduino Nano ESP32, aber ihr könnt natürlich jeden Microcontroller nehmen, den ihr zur Hand habt. Den TTB223 schließen wir an 3,3 Volt und Ground Done. Und in der Mitte, der IO-Pin, der kommt auf Pin D2 beim Arduino Nano. Am Tastermodul ist zwar eine kleine LED verbaut, aber ich möchte hier eine größere LED verwenden, die einen Ausgang simulieren soll, damit ihr das später im Code, z.B. mit einem Relais oder was auch immer, ansteuern könnt. Diese LED wird mit einem 220 Ohm Vorwiderstand an den Pin D7 von Arduino Nano gehängt. Eine Liste vom benötigten Material, um dieses praktische Beispiel nachbauen zu können, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sehen wir uns jetzt den Sketch an. Ihr findet ihn, wie immer, auf GitHub unter edis-techlab und den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Wir beginnen mit der Definition der Pins für das Touch-Modul und die LED. Im Setup wird der Touch-Pin als Eingang definiert und der LED-Pin als Ausgang. In der Loop-Funktion wird kontinuierlich der Zustand des TTB223-Ausgangs eingelesen und in der Variable TouchState gespeichert. Abhängig vom aktuellen Touch-Status wird die LED ein- oder ausgeschaltet. Ist der Touch aktiv, leuchtet die LED, andernfalls bleibt sie aus. Eine kurze Verzögerung von 100 Millisekunden sorgt für ein ruhiges und stabiles Schaltverhalten. Lasst uns jetzt rüber wechseln zur Arduino IDE und machen wir den Upload auf unsere kleine Schaltung. Und hier sehen wir, sobald wir den Taster berühren, geht unsere LED an und beim Loslassen sofort wieder aus. Als nächstes verwenden wir ein Modul, wo wir eine Brücke auf B gelötet haben. Und hier sehen wir, wenn wir den Taster drücken, bleibt die LED an. Drücken wir den Taster noch einmal, dann geht die LED wieder aus. Wer tiefer in die Elektronik oder Heimautomation einsteigen möchte, den kann ich hier das zweiteilige Buchset mit einer Größe von über 700 Seiten empfehlen. Diese Bücher werden ständig weiter aktualisiert und ihr könnt euch alle zukünftigen Updates kostenlos herunterladen. Mit diesem Kauf unterstützt ihr Edis Tech Lab und ich möchte mich jetzt schon recht herzlich bei euch bedanken. And good news for all the English speaking folks, this book is also available now in English. Als Bonus möchte ich euch noch einen zweiten Berührungstaster zeigen und zwar den CJMCU 1010. Das ist ein kapazitiver Touchtaster, der auf dem Microchip AT42QD1010 basiert. Im Gegensatz zum weit verbreiteten TTP223 arbeitet dieser Controller robuster gegenüber Störungen und bietet eine stabile Toucherkennung, besonders bei langen Leitungen oder wechselnden Umgebungsbedingungen. Das Modul ist physisch größer und das Touchpad hat einen Durchmesser von 20 mm. Während der TTP223 mehrere Repritipsmodi über Lötbrücken bietet, ist der CJMCU 1010 klar auf zuverlässige Ein-Kanal-Toucherkennung ausgelegt mit definierter Ausgangslogik und hoher Störfestigkeit. Dadurch eignet er sich besonders für Projekte, bei denen Zuverlässigkeit wichtiger ist als minimale Baugröße. Das Modul besitzt auf der Rückseite zwei rote LEDs zur Statusanzeige. Die große rote LED auf der linken Seite dient als Aktivitätsanzeige. Sie leuchtet hell auf, sobald der Touchtaster ausgelöst wird und der Ausgang aktiv ist. Die kleine rote LED ist eine reine Betriebs- bzw. Bauer-LED. Sie zeigt an, dass das Modul korrekt mit Spannung versorgt wird, unabhängig davon, ob der Taster betätigt wird oder nicht. Auf der rechten Seite des Moduls befinden sich drei Lötpads. Das obere Lötbett ist intern mit dem Outpin verbunden und führt somit das Schaltsignal des Touchcontrollers. Das untere Lötbett ist direkt mit Ground verbunden und das mittlere Lötbett ist nicht beschalten und hat keine elektrische Verbindung. Hier sehen wir den Taster im Einsatz von unserem vorigen Beispiel. Aber Achtung, der Taster hat eine andere BIM-Belegung. Hier seht ihr, dass selbst wenn ich den Taster nicht direkt berühre, er schon schaltet. Selbst wenn wir einen Schraubendreher in die Nähe des Touch Sensors bringen, können wir die LED an- und ausschalten. Wenn dir das Video gefallen hat und du den Kanal unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, dich als Kanalmitglied begrüßen zu dürfen. Es ist für jede Geldbörse etwas dabei und du hast den Vorteil, Videos als erstes zu sehen, an Umfragen teilzunehmen und noch einiges mehr. Ja, das Jahr 2026 wird für die Mitglieder eine super Sache werden. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, mehr über Kondensatoren zu erfahren, dann kann ich dir hier dieses Video empfehlen. Viel Spaß damit, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer EDI Zusehen